Hallo, willkommen zur zweiten Runde von The Legend of Zelda, äh Link to the Pops, ja. Draco natürlich wieder am Gamepad. Dann legen wir mal los, bevor wir euch hier sehen. Ich starte mal in der Küche. Warum? Weil ich hier geheilt werde. Nicht mit dem reden. Ja, wir lesen das jetzt nicht vor, ich wollte nur die Leben eben abgreifen. Okay, das sieht wirklich aus, ne? Yep. Jetzt musst du... Ich gehe zur Wüste. Aber, ach hier, ich kann das ja nicht. Dann hättest du mal das Haus nehmen sollen, tun nur. Klar. Nein. Thorpe? Nein. Na gut, weil... Weil? Ah, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Okay, ich bin gespannt. Dagegen rennen. Ultimativ. Ein Herzcontainer, ich prophezeihe. Ne, der war aber einfach. Mal ehrlich. Jo. Na gut. Geht, ne? Geht voll. Sind in Dungeons auch nicht versteckt? Gute Frage. Wüsste ich jetzt im Moment nicht. In dem ersten war es keins. Oder? Ich wüsste es jetzt direkt nicht. Aber du weißt es, wenn du da bist. Ja, ich denke schon. Ich kenne zumindest viele. Ich kenne auch die Hexe, der mal den Pils bringen muss. Yep. Ich weiß auch noch, wo man den Pils kriegt. Im Angstwald, um links. Ich weiß nicht, wie der richtig heißt. Ich glaube Kakariko Wald. Oder? Nein, ich glaube, der heißt Angstwald. Angstwald heißt. Der heißt jetzt einfach Angstwald. Okay. Na, einen Moment. Ach, ne. Okay. Okay. Ups. Ich habe gar nichts zu trinken hier. Tja. Gar nicht mal so cool, würde ich sagen. Ja, ja. Lass mich. Okay. Oh, du bist ein... Oh, du bist ein richtiger Nug. Du musst mehr mit der Drehung arbeiten. Meinst du? Ich glaube schon. Ich habe eine Bombe im Busch gefunden. Und drehen. Schön gemacht. Macht mich mehr damage, weißt du? Hm. Und da wurde ich auch wieder vollgehalten. Musst du nicht runter? Nein. Sehr gut. Jetzt bin ich natürlich wieder fail am Haus, aber... Naja. Ich habe ja auch nicht. Ich kann mir auch fehlen jetzt. Hast du jetzt? Du hast schon zwei, oder? Stimmt. Nee, ich habe nur eine. Sehr gut. Ach, jetzt habe ich hier... Und wo findest du eine? Tja. Da? Da. Wow. Finde ich nicht nur eine. Für zwei, oder? Vier, ey. Die spälen mir natürlich ein, und die anderen töd ich alle. Ich sammle sie gnadenlos ein, sie haben kein Leben mehr. Sie haben nichts gebracht und müssen sterben. Echt, wo sind die? Die sind tot. Ich habe sie gegessen. Du hast sie... Oh ja. Ich habe sie gegessen. Stimmt, vielen isst man auch. Ja, klar. Wie soll man das sonst machen? Oh, jetzt kommen die auch nicht heil. Zettnippe, oh, 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 oh. Hey, Mann, du musst drehen. Ich muss drehen. Das sind drei Gegner. Die gab gerade, wie sie es zerahnt wird. Also du hast gesöckelt. Und du hättest dich gedrehen, müssen wir die alle zurück. Die war grün. Der ist blau. Dann brauche ich trotzdem nur zwei anstatt drei Hits für den. Okay. Also, Fresse halten bitte. Ich glaube, du gehst voll in den Umweg. Nein. Das ist so etwas, würde ich nie tun. Hm, hm, hm. Der komische Kruz, der sagt gar nichts. Der sagt überhaupt nichts, ey. Auf dem Schild steht, äh, steht auf dem Schild bitte nicht entfernt, ne? Ich glaube, hier ist eine Fee drin, ne? Also diese Mega-Feder, diese große. Toll, was willst du denn? Ich will mein halbes Herz holen. Ey, komm. Komm. Komm, ja? Hier oben sehen wir gleich eine komische Schrifttafel, wofür die wohl gut ist. Da kommst du doch gar nicht hin, oder? Noch nicht. Ich weiß aber, wofür die gut ist. Ich auch. Glaube ich nicht. Oh, der hält viel aus, der Penner. Ach, schmeiß doch auf den. Nein. Der droppt Mana. Du hast voll. Geil. So, hier ist wieder dieser wunderbare Älteste. Wir reden mit ihm. Ist das ein anderer? Ich weiß es nicht. Aha, it is the book of Mudora. With it you can read the language of the Helia people. Okay, er hat sich nicht geoutet, wie er heißt. Man weiß es nicht. Er hat aber eine andere Robe, als ist es ein anderer. Hatte der andere eine andere Farbe, oder wie? Ich glaube, der war blau. Der war blau? Ja. Oh mein Gott. Und ein Herzcontainer. Unglaublich. Nee, ein Peace. Peace of Farb. Container ist das Ganze. Stimmt. Wie heißt es wohl im Deutschen? Ein Herzteil, eventuell? Man weiß es nicht. Ja, ich kann ja nochmal eben kurz demonstrieren, wieso ich hier jetzt bin. Wie man hier schön sieht, ist unten links dieses blaue Amulett. Das grüne haben wir ja bereits, falls ihr das verfolgt habt. Oben ist das rote, und oben links ist das Master-Schwert abgebildet. Aber ohne die Macht der drei Amulette kann ich das Master-Schwert ja nicht gebrauchen, oder beziehungsweise nicht aktivieren. Warum auch immer. Genau. Weil man da erstmal Mut, Weisheit und Kraft braucht, oder... Glaube ich. Mal weiß. Den kriegst du nicht. Pass auf. Nee. Der ist feige. Jetzt. Bam. Jetzt nehmen wir das schöne Buch hier. Und lesen mal. To open the way, to go forward, make your wish here, and it will be granted. Guck mal, das muss man noch nicht übersetzt bekommen, oder was? Naja, er muss ja verstehen, was er machen muss, damit er jetzt hier... Er muss einfach nur wünschen, weiterzukommen. Mehr muss der nicht machen. Und jetzt ultimativ kann ich nicht mehr zurück. Oh mein Gott. Das ist so fies. Ich bin gewissermaßen gezwungen, hier in diesen Tempel reinzugehen. Es gibt ein Herz da in den Tempel. Aber das ist außerhalb. Genau. Oh Gott, ich hasse den Tempel. Und den Boss hasse ich auch. Der Boss ist echt. Wir wollen aber nicht spoilern, was der Boss ist. Der Boss ist Chuck Norris. Chuck Norris? Chuck Norris. Und die Mobs sind verdammt nervig. Ich geh weiter. Und diese Augen sind auch sehr gefährlich. Sieht man bestimmt. Ja. Da kommen sicherlich noch mehr. Ich reinlaufe. Oh, der schießt ganz schön schnell. Wunderbar genutzt, die Drehung, würde ich mal jetzt so sagen. Ja, ja. Ich gucke mal hier oben rein. Hm, ein Schiss. Wunderbar. Jetzt sieht man das Auge. Da kommt ein Laser. Der ziemlich viel Schaden macht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also dagegen laufe ich. Mit dem nicht. Mit dem nicht. Mit dem nicht. Das nein. Ich gucke mal hier rein, was hier los ist. Aha. Oh, das habe ich verfehlt. Das ist ein Herz drin. Ich sage, es ist der Kompass. Verstehe ich. Ich glaube es auch. Nein. Es ist die Kase. Ansonsten ist hier nichts Interessantes drin. Man hätte auch vermuten können, dass man beide anzünden muss. Aber du weißt es besser. Nein. Ich wusste es jetzt nicht unbedingt besser. Du bist ja auch nur mit. So ist es. Obwohl ich hier mal in eine Komplettlösung gefallen bin. Du hast sie aufgegessen, immer noch. Ach, genau. Die Version ist einfach logisch. Okay. Ah. Was ist da so blöd? Das sind, äh, so. Wie im ersten Tempel diese. Keine Ahnung. Rohre da. Aber die bewege sich in dem Tempel, glaube ich. Ja, doch. Ich weiß, was ist. Mann. Das ist voll schlecht. Ja, ich weiß, ich habe ihn nicht getroffen. Was hat nichts gemacht, dass du da warst? Ich wusste ja nicht, dass du es nur sagen kannst. Das ist richtig. Ich weiß, dass, was du da warst? Scheine Ahnung ist mir.